Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Crotonia, wo die politische Lage überaus stabil ist, sowohl innen- als auch außenpolitisch, wo sich aber innerhalb der Häuser unserer riesigen Dynastie doch so einiges tut. Natürlich vor einem Jahr das große Ereignis, dass unsere geschätzte Gemahlin Geyra gestorben ist. Seitdem regiert Branislav alleine, lebt und regiert er alleine. Ob das so bleibt für immer und ewig? Ich habe meine Zweifel. Ich denke, nach einem Jahr kann man sich vielleicht schon wieder umschauen. Dazu kommen wir gleich. Aber auch ansonsten passiert relativ viel. Ich erinnere an dieses sehr merkwürdige Verhältnis zu König Kamil, unserem Rivalen oder doch nicht Rivalen. Immer mal wieder gibt es Annäherung, zuletzt ein großes Fest, eine Einladung, ein lecker Essen und dann seine merkwürdige Forderung, dass er das Königreich Schweden haben möchte, was wir wieder abgelehnt haben. Also auch merkwürdig. Und unser Freund, Bürgermeister Strasch, der ein Verhältnis hat mit unserer Tochter Hannah, die wiederum verheiratet ist. Aber ich glaube nicht, dass Branislav jetzt so ein Moralapostel ist und das irgendwie groß verurteilt in dem Sinne, dass er beide irgendwie verhaftet oder den einen. Nein, ich glaube, er liebt seine Kinder, er liebt seine Freunde. Und das sind Dinge, die im Leben nun mal geschehen. So stelle ich ihn mir vor. Bevor wir weitermachen, schauen wir mal auf ein paar unserer Kinder, zum Beispiel auf unseren Sohn Prinz Julius. Den haben wir ja zu den Kriegern von Perun geschickt. Dort ist er nach wie vor, ist weiterhin ein berühmter Streiter, ein Glaubenskrieger. Aber er ist doch nicht Ordensmeister. Und irgendwie erwarte ich das so ein bisschen, dass er vielleicht dort aufsteigt. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, wie das genau funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, wenn der aktuelle Großmeister stirbt, erst dann wird der neue gewählt. Und der ist erst 42. Und der ist gut in Kampf geschickt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das entscheidend ist, um Großmeister zu werden. Ganz schlechter Anführer. Naja, wir werden das beobachten. Und unser vierter Sohn, das ist insofern auch interessant, Prinz Leszek, den wir gerade verlobt haben. Ich denke, der ist erwachsen geworden. Und wir sind sogar mit ihm eng befreundet. Also der liegt uns besonders am Herzen. Es ist Zeit, dass wir auch ihm schon mal einen Teil seiner Erbschaft übereignen und ihm Land schenken, Titel vergeben. Genau. Und er wird Rana und Kissinia erhalten. Und ich denke, wir machen ihn zum Grafen von Rana schon mal. Vergeben wir diesen Titel. So, seine Verlobte ist noch sehr, sehr jung. Sechs. Aber das wird schon. So, was machen wir noch? Dann will ich hier noch Andrej, der unser Ratsmarschall ist, dem will ich eine Aufgabe geben, dass er die Befehlshaber ausbildet. Ich glaube, das passt zu ihm sehr, sehr gut. Ja, und dann die Frage. Ich glaube, nach einem Jahr ziemt es sich fast schon so als König, sich eine neue Frau zu suchen. Ich denke, ein Jahr Zeit der Trauer und des In-sich-Gehens, das ist eine angemessene Zeit. Und ich glaube nicht, ich schätze ihn nicht so ein, dass er jetzt irgendwie zölibatär gewissermaßen bis zu seinem Lebensende, wer weiß, wann das ist, leben wird. So, und jetzt ist die große Frage, wer könnte das sein? Ich denke mal durchaus, dass er auch so, ja, wie soll ich das sagen, lebenslustig ist. Und das ist eine komische Formulierung, dass er sich aber durchaus auch eine junge Frau sucht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht missverständlich. Denn er ist weiterhin ein Familienmensch und warum nicht noch mehr Kinder bekommen, sagt er sich. So, natürlich darf sie nicht zu jung sein, aber es gibt hier, wir könnten natürlich auch außerhalb des Reiches heiraten, aber ich finde, da gibt es jetzt eigentlich kein Anlass für ihn. Aber es gibt interessante Kandidaten, eigentlich nur zwei. Die zweite kommt nicht in Frage, weil sie eine religiöse Eiferin ist. Und dementsprechend ist das hier eine interessante Partie, nämlich Christina. Christina ist 19 Jahre alt und war mal verheiratet geheiratet oder wurde mal aus dem Reich heraus geheiratet. Ihr Vater oder ihr Großvater ist der König Janusz von Dänemark, unser Schwager. Das ist weit genug entfernt. Und deren Mann ist aber gestorben mit 18 und die ist jetzt nun irgendwo in der Ferne. Und ich denke, er wird das von seinem Ratsspitzel auch erfahren haben, dass es diese schöne junge Frau gibt. Und ich glaube, das ist eine gute Partie, immerhin aus einem Königshaus. Das werden wir machen. Also Christina ist rachsüchtig, gerecht und maßvoll. Und diese Heirat wird jetzt vollzogen, wird annehmen. Also wir können diesen Vorschlag abschicken. Okay, Champions wollen wir derzeit nicht. Dann lassen wir mal laufen. Und ein nächstes Geheimnis wird offenbart. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Meine Tochterprinzessin Smeshna hat ebenfalls eine Affäre. Ola! Was ist mit unseren Töchtern los? Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die hat weniger mit den Männern als mit den Frauen zu tun, oder? Hm. So, Kayetan ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Sie ist verheiratet mit dem Herzog von Pommern 20. Und Kayetan, wer ist das? Ach, das ist ein Höfling dort. Mhm. Landlos. Nun gut. Auch ein Krutoi. Ja, wir werden das immer wieder wie gehabt handhaben, dass wir das mehr oder minder ignorieren, dass wir nicht aus religiösen Gründen irgendjemand verhaften. So, dann ein weiteres offenbartes Geheimnis. Ach so, okay. Julius Krutoi, unser Enkel, kommt von Kayetan. Na ja, das müssen die unter sich ausmachen. Soweit dazu. Hingabestufe haben wir natürlich verloren. So, die Heirat wird angenommen. Ja, genau. Christina ist jetzt also die neue Königin. Da haben wir sie. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, er versucht sich möglicherweise mit ihr anzufreunden. Ich denke mal, wir schicken erstmal ein Geschenk. Das ist schon mal eine gute Sache. Und Beeinflussung so im Allgemeinen ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Seelenverwandtschaft werden wir nicht gleich anstreben. Das fände ich jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt drei laufende Kriege. Das sind aber alles Angriffskriege unserer Vasallen, mit denen wir auch kein Bündnis oder Ähnliches haben. Insofern werden wir uns da nicht groß einmischen. Es gibt einmal diese Bjarmaland-Nummer. Ja, das sieht ganz so aus, als ob die Angreifer Graf Havu, also einer unserer Grafen, hier locker gewinnen werden. Auch der Krieg gegen Navarra scheint mir... Oh, ist der schon gewonnen worden? Das ist ja noch hier was anderes. Ja, tatsächlich. Der ist schon gewonnen worden, oder? Wartet mal. Ich habe gar keine Nachricht bekommen. Aber Navarra ist hier verschwunden. Ja, die Sache ist durch. Es gibt eine neue Fraktion. Herzog Ilmar hat sie erschaffen. Gibt es irgendwelche Anhänger dieser Fraktion? Unzufriedenheit wächst hier und da. Sind aber alles vereinzelte Mitglieder. Okay, und ein neuer Vorzug ist wählbar dicker als Wasser. Ja, auch da, denke ich, machen wir erst mal weiter. Das passt zum... Passt zu ihm, passt zum Familienhierarchen. So, jetzt geht es hier weiter. Jüdländische Anspruch auf das Herzogtum von Wikinen. Das ist aber ein interner Krieg, wenn ich das richtig sehe. Okay, Ratsprediger Wlodislav wird angegriffen. Angegriffen. Aha. Von Herzog Gregorosch. Den können wir uns mal angucken. Der führt jetzt hier einen Krieg. 8800 gegen 6000. Das ist aber ein rein interner Krieg, der uns jetzt nicht großartig betrifft. Was haben wir denn hier? Also erstmal hat hier ein benachbarte Herrscher einen Krieg gewonnen. Das hat aber auch nichts mit uns zu tun. Aber mich interessiert es trotzdem. Herzogtum von Arjetje. Wer hat denn hier was gewonnen? Okay, da gab es... Aber das ist auch keine wahnsinnige Veränderung gewesen. So, der Lockruf der Sprache. Das multikulturelle Reich, Krotonia zu regieren, bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich. Fremdländische Untertanen fühlen sich häufig ausgegrenzt, wenn sie am Hof nicht ihre Muttersprache sprechen können. Das führt zu Unzufriedenheit. Mein Vasallherzog Arne legt nahe, ich könne die Beziehung zu meinen Untertanen der schwedischen Kultur stärken, wenn ich ihre Sprache erlerne. Okay. Hm, das ist natürlich interessant. Also mit Sicherheit wird er keine Bücher lesen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie offen für solche Geschichten sind. Und warum nicht einen Lehrmeister anheuern? Kostet uns 300 Gold. 80 Prozent, dass wir das erlernen. Ich würde mal sagen, wir machen das. Ich kann mir das vorstellen, dass er so etwas anstrebt. Ich weiß gar nicht. Sehen wir, ob das geklappt hat. Noch haben wir keine Nachricht erhalten. Hm. Aha, jetzt erleben wir das Ergebnis. Nach vielen Wochen des Studiums beherrsche ich jetzt endlich die Grundlagen der neuen Sprache. Ich muss noch viel üben, aber sogar dieses einfache Fundament hat meine Beziehung mit meinen Untertanen der schwedischen Kultur verbessert. Wer hätte das gedacht, Leute? Unser dümmlicher König entwickelt doch wirklich eine gewisse Klugheit. Es ist kein Bücherwissen, keine Intellektualität, aber irgendwas Lebenstüchtiges hat er auf jeden Fall an sich. Okay. Gut investierte Zeit oder ich möchte mehr lernen? Ich glaube nicht. Nee, das geht zu weit. Aber wir freuen uns, was wir erreicht haben und erhalten da noch Lebenswandelpunkte. Außerdem ist Herzog Wawcinek verbessert worden und Königin Kristina ist beeinflusst. Das können wir dann aber auch jetzt sein lassen. Ja, das können wir aufgeben. Da gibt es kein Kronos. Wir haben sich also jetzt angefreundet miteinander. Die Ausbildung endet. Mein Mündel Jaromir ist nun erwachsen und es ist an der Zeit für ihn, meine Obhut zu verlassen. Ja, Jaromir. Mit dem haben wir uns auch angefreundet, während wir ihm geholfen haben. Und er ist wirklich ein talentierter Diplomat. Also es ist unglaublich, was er weitergibt. Er und natürlich Geira, die hat ja auch viel, viel getan. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Jaromir, ja, wir müssen uns auch mal um ihn kümmern jetzt noch. Denn wie kommen wir jetzt an ihn ran? Warte mal, ich glaube, ich habe ihn hier angepinnt. Also Jolanta haben wir ja schon verheiratet. Sie ist ja quasi Königin von Estland. Was machen wir mit Jaromir? Ich meinte, er ist ja sowas wie ein Sohn. Vielleicht könnten wir ihm auch ein bisschen Land geben? Hm. Die Frage ist, welches? Vielleicht ist es übertrieben, ihm eine Grafschaft zu geben und ihn damit gleich... Allerdings wartet man, mir fällt eine Sache ein. Wir könnten ihm eine Grafschaft in Schweden geben. Das wäre durchaus nicht ganz unangemessen, weil immerhin Udallrich erhält jetzt schon... Er hat ja schon eine Grafschaft. Er erhält noch das Herzogtum und zwei Grafschaften. Aber hier haben wir noch eine Baronie von Lexand. Das fände ich, das ist mindestens angemessen. Oder geben wir ihm eine gesamte Grafschaft? Ja, komm, der andere hat dann... Unser zweiter Sohn hat dann zwei Grafschaften und das Herzogtum. Und zwar auch die teuren, also die einkommensstarken Grafschaften. Doch, ich denke, wir können das machen. Wir werden ihm diese hier übereignen. Das finde ich ganz gut. Also, Oeuvre Dallana. Ich gucke mal, wie das funktioniert. Ich denke, das müsste funktionieren. Wir werden ihm... Und er kann sich dann selber eine Frau suchen. Ja, genau, das funktioniert. Können wir ihm geben? Machen wir. Titel vergeben. Okay. So, Jaromir ist damit auch versorgt. Und interessanterweise, Branislav wird immer schwächer, was seine eigenen Domänen betrifft. Er hat nur noch vier unter kompletter eigener Kontrolle. Aber das stört ihn in keinster Weise. So, was haben wir hier noch? Unser Verbündeter wird angegriffen. Herzog Vigu. Oh, von Herzogtum Gualadat. Bauernaufstand. Wir schauen mal, ob dieser Bauernaufstand gefährlich ist für ihn. Tausend gegen... Uh, der ist tatsächlich gefährlich, Leute. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen... Nächste Fraktion ist im Übrigen geschaffen worden, dass wiederum unser Sohn ein Interesse hat, einfach mal wieder die Truppen zu sammeln und sei es, um sie gegen Bauern zu schicken. Könnte ich mir vorstellen. Warum eigentlich nicht? Ich denke, wir machen das mal. Ich denke, wir machen das mal. Das ist eine gute Gelegenheit, für ihn sich erneut zu beweisen. Und er wird seinem Vater überreden, dass das nötig ist. Wir werden einen Sammelpunkt hier oben bilden, würde ich sagen. Und dort unsere Spezialtruppen das Kriegsvolk ausheben. Und dann wird unser Sohn sicher an der Spitze stehen, um diese Bauern zu verprügeln. Ja, nämlich der Verbündete ist dort noch mit jemandem anderen im Krieg, habe ich gesehen. Uh, das ist sogar ein gefährlicher Krieg, weil... Hm. Aber da sind die Verteidiger allerdings in der Mehrzahl, sehen wir gerade. Das ist ja gut, weil er selbst hat nicht mehr allzu viele Truppen. Na gut, helfen wir ihm gegen die Bauern. Oh nein, es geht noch weiter. Wir werden auch... Ach, alles klar. Es kommt jetzt schon... Alles klar, es kommt jetzt schon zu einem Ruf. Ja, wir nehmen an, das wollten wir sowieso. Genau, wir treten bei. Das hätten wir nämlich sowieso darum bitten müssen oder das diplomatisch fordern müssen. Das passt ja wunderbar. Wow, wir haben ein Dreißiger Befehlshaber. Das ist ja unglaublich. Herzog Thomas von Smorland, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Aber trotzdem ist es Prinz Andrei, der jetzt hier die Mannen anführen will, ganz klar. So, und wo haben wir die Bauern? Äh, da ist das Bauernherr. Tausend Mann, die jetzt niedergeschlagen werden müssen. Und das dürfte es dann auch schon sein, wenn das erfolgt. Aber in der Tat, der Gegner hat andere Probleme. Nur logisch, dass er uns ruft. Schaut mal, einer unserer besten Freunde stirbt und wir erhalten zwei Anspannungen. Herzog Christoph von Karelien. Und damit ist auch ein Platz im Rat wieder frei. Den wir natürlich besetzen müssen. Ein Festmahl ist möglich. Ein Ratskanzler muss jetzt besetzt werden. Das ist natürlich eine interessante Aufgabe. Ich gucke mal kurz. Wavcinek wäre selbst auch ein guter Kanzler. Der könnte sich dafür eignen. Ja. Janusz wäre zum Beispiel auch ein besserer Verwalter. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. War Ondra nicht schon mal besser? Hat er denn nicht schon mal 19? Was ist hier los? Oder habe ich das geträumt? Vermutlich. Also, wir schauen mal, wer sich hier noch aufdrängt. Antoni von Großpolen. Ich meinte, der ist unser Neffe. Ah, ja gut. Das ist der Herzog. Ist klar. König Kamil. Tja. Hier unser Freund natürlich. Das wäre, glaube ich, vielleicht die beste Möglichkeit, dass der gute Strasch von Wispy das Ganze übernimmt. Aber wir schauen nochmal. Wir könnten natürlich auch Wavcinek auf die Position setzen, wer als Ratsverwalter auch noch in Frage kommt. Also, ich stelle mir schon vor, dass sie irgendwie eine engere Beziehung haben sollten. Das ist sein Schwiegersohn, Herzog Chimon. Das ist auch vorstellbar. Und sagt mal, Herzog, Paxuit, das ist doch auch unser Freund, wenn ich mich recht entsinne. Oder man sieht gar nicht mehr durch. Wir gucken mal. Nee, doch nicht. Aber er wollte sich mit dem befreunden. So war das. Weil er irgendwie ihm gutes Essen serviert hat. Das hat aber am Ende nicht gut geklappt. Naja, gut. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir werden Wavcinek zum Kanzler machen. Ja. Und Ratsverwalter wird. Da hatte ich doch jemanden passenden gesehen, der uns näher steht. Ja, genau. Unser Schwiegersohn, Herzog Chimon. Das ist so ein bisschen, ja, seine Art und Weise jetzt irgendwie so einen Ausgleich zu schaffen, damit der Arme, der von seiner Frau betrogen wurde, damit er irgendwie auch was zu tun bekommt und sich nicht so ärgert. So stelle ich mir das vor. Okay, also, auf geht's gegen die Bauern, die noch immer abwarten und belagern. Möglicherweise noch nichts ahnend, welche große und absolut überlegene Armee ihn dort entgegen marschiert. Ja, neues kulturelles Interesse. Stehende Heere ist geweckt worden. Aber es kommt jetzt erstmal zur Schlacht gegen diese Bauern. Und damit ist der Sieg auch schon, ist der Sieg auch schon in der Tasche. Der müsste jetzt bloß noch erklärt werden. So, Kultur, Primogenitur. Hm, ist das wirklich sein Interesse? Wir schauen mal, was gäbe es noch. Renaissancegedanken passt auch nicht. Königliches Zeughaus klingt erstmal ganz interessant. Ich glaube, wir wechseln da rauf. Klingt irgendwie so ein bisschen nach Repräsentanz. Was machen wir mit der Armee? Warum schließt er nicht Frieden? Da ist der Frieden. Alles klar. Der Bauernkrieg ist beendet. Wir können unsere Armee nach Hause schicken. Die Hilfe ist geleistet worden. Und es war, ja, eher ein Kinderspiel. Aber klar, wer hatte anderes erwartet? So, was ist hier eigentlich mit Bremen passiert? Oh, schaut mal, auch darüber wurden wir nicht informiert. Der Krieg gegen Bremen ist beendet worden. Und Bremen ist nun in der Hand von Herzog Jakob. Merkwürdig. Hier gab es einen weiteren, oder der läuft noch. Die anderen Kriege laufen noch. Wer ist hier eigentlich besetzt? Ach so, das ist dieser Bjarma-Krieg. Genau. 13.000 gegen 7.100. Mhm. Der läuft noch. So. Tiana hat einen Krieg verloren. Gegen, wir haben, glaube ich, Serbien gegen Ungarn gekämpft. Serbien wollte Ungarn übernehmen. Das kleine Serbien. Das hat allerdings nicht geklappt, wie wir sehen. Und wir sehen auch, dass es wieder möglich ist, ein eigenes Festmahl zu veranstalten. Und das ist jetzt das Festmahl anlässlich, ein bisschen verspätet anlässlich der Hochzeit hier. Ist sie schon schwanger? Nein, ist sie nicht. Wir versenden die Einladung. Willkommen, Freunde. Ah, okay. Herzog Paxiut ist da. Und natürlich unterhalten wir uns. Mit dem haben wir uns schon mal gut unterhalten. Jetzt kriegt er von uns gute Speisen aufgetischt. Sehr schön. Und da haben wir ihn. Ein nächster Freund. Ja, alles klar. Also, falls es noch eine Ratsposition gibt, er wäre ein Kandidat. Die Vasallen Rainer. Hm, von Westgottland ist in Nöten. Ja. Wir werden die störenden Gäste ablenken. Kein Problem. Ein Kind unserer Dynastie, Hanna, hat einen Branislav zur Welt gebracht. Hm, wollen wir das so? Dobromiel. Nennen wir ihn lieber Dobromiel. Und Nikloth soll der Vater sein. Aber ich fürchte, Nikloth ist gar nicht der Vater. Denn wir wissen, der Vater könnte unser guter Freund sein. aus Skotland. Aber naja. Das... Da mischen wir uns wieder nicht ein. So. Das lief alles problemlos. Unsere neue Gattin hat ihre Sache offenbar auch gut gemacht. Oh. Oh, 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 oh. Was passiert hier, Leute? Was passiert hier? Ziemlich viel. Okay. Das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Oh, nein. Was ist denn das für ein Dilemma? Nein, das ist überhaupt kein Dilemma. Unser König Jan III., unser Freund und Partner, der wird angegriffen. Ich dachte jetzt gerade, ein anderer Verbündeter von uns greift den an. Aber nein, alles gut. Und er braucht mal wieder Hilfe. Herzog Dobromier möchte das Königreich von Estland übernehmen. Das ist das, was jetzt passiert. So, wer ist Herzog Dobromier? Müssen wir uns erst mal angucken. Dobromier von Harlogaland. Er im Übrigen auch von göttlichem Blut. Wo kommt er her? Er ist Herzog von Harlogaland. Ah, okay. Das ist ein Teil von Estland ja inzwischen. Und der ist so mächtig, dass er sich dies traut. Und vermutlich ist der estnische König, gerade auch weil er jung ist, nicht so mächtig, wie er sein könnte. Und ja, natürlich helfen wir, ganz klar. So, jetzt müssen wir kurz mal gucken. Hier ist ein Bündnis ausgelaufen. Oh, unser Ratsprediger ist gestorben. Sehe ich das richtig? Nee, Kasimir. Ja, natürlich. Der König von Litauen ist gestorben. Also das nächste Großereignis. Wer ist denn jetzt König von Litauen? Andrei der Zweite ist König von Litauen. Okay. Schul hat aber trotzdem drei Kinder mit Isabella von Litauen. Na gut, ja. Relativ gebildet, der Mann. Aber unser König wird ihn vermutlich nicht so sehr kennen. Insofern denke ich, wird er jetzt nicht in den Rat aufrücken. Eine neue Fraktion ist geschaffen worden. Und wir sind dem Krieg beigetreten. Wie ist denn das? Achso, der wurde automatisch als Ratsprediger definiert. Das wollen wir aber nicht. Wir haben, glaube ich, andere gebildete Leute. Ja, zum Beispiel König Janosch. Ich denke, jetzt ist es eine Zeit, dass wir ihn auf diese Position setzen. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen ihn dorthin. Und als Ratsspitzel wird dann jemand anderes hier. Eintreten. Nämlich unser neuer Freund, Herzog Paxiut. Das Paxiut. Das passt doch wunderbar. Ja, so machen wir das. Der andere wird entlassen. Das ist jetzt eine ganz schöne Ratszusammenstellung. So, aber jetzt erstmal zum Krieg, um den wir uns jetzt kümmern müssen. Ablass spielt keine Rolle. Wir gucken mal ganz kurz. Also, wer sind jetzt hier unsere Gegner? Das ist jetzt schwer zu sehen irgendwie, ne? Der Hauptangreifer ist, ne, Herzog von Liefland. Ach so, das ist derjenige, der das veranlasst hat. Alles klar. Ja, es geht um einen anderen Mann, nämlich den da oben mit dessen Anspruch. Aber er ist der Redelsführer gewissermaßen. Okay, das heißt, dieses Gebiet ist im Prinzip das Hauptzielgebiet, gegen das wir uns jetzt erstmal wenden können, um wirklich zu helfen. Und ich denke, auch hier ist es erstmal komplett angemessen, wenn wir ausschließlich unsere Spezialtruppen rufen. Und wieder wird es unser Sohn und Marschall sein, der die anführen wird. Kriegsvolk hier komplett ausheben. Ja, können wir auch schon wechseln auf Andrei. Und dann gucken wir mal. Ja, da kommen noch mehr. 5.000, warum gehen die aufs Meer? Ich weiß es nicht genau. Wollen wir sie versuchen aufzuhalten? Wird vermutlich nicht ganz reichen, oder? Ah, wir kommen gerade zu spät. Aber gut, dann kann natürlich eine Belagerung beginnen, dieses wichtigen Gebietes. Aber was haben die vor? Was wollen die dort? Ösel belagern? Ernsthaft? Also wir können hier unsere Belagerung starten. Wir können uns hier direkt auch nochmal aufteilen. Und zu einer weiteren Burg ziehen. Ich denke, das ist sogar ganz gut. Halbieren wir mal die Armee. Und die zweite Armee zieht dann dorthin. Ja. Und die Sache mit dem Hirsch in Weiß geht weiter. Mein Fürst, eure Suche nach einem gewöhnlichen Tier. Das macht mir zugegeben Sorgen. Mein Ratsprediger Janosch, unser Freund, tritt an mich heran, als ich Meldungen über neue Sichtungen des weißen Tiers durchgehe. Der nach seinem Dafürhalten muss etwas, das so viel Aufmerksamkeit verlangt, das Werk des Bösen sein. Also wäre seine bloße Existenz nicht schon ein Zeichen der höchsten Mächte des Lichts? Da gibt es möglicherweise eine Diskrepanz. Aber das ist noch jemand anderes. Warte mal. Achso, nein. Janosch, natürlich. Ja, ja, ja. Alles klar. Der aber allerdings nicht unser Freund ist. Das ist jetzt wichtig. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Nein, nein. Das ist nicht unser Freund. Aber mit dem verstehen wir uns auch gut. Tja. Wir sagen, sie sind auf Boten des Himmels. Das geht euch überhaupt nichts an. Oder? Ihr habt recht. Hm. Also ich glaube nicht, dass wir, also diese ganze religiöse Aufladung des Themas lehnen wir ab, weil wir ja zynisch sind. Insofern sagen wir eher, das geht euch überhaupt nichts an. Ja, ich denke, das passt in diesem Falle am besten. Nun gut. Liebe Leute, dann werden wir erstmal an dieser Stelle pausieren und diesen Krieg das nächste Mal fortführen. Und unserem jungen Verbündeten Jan den Dritten hier helfen. Und natürlich unser Ziehtochter, unser Nichte Jolanta damit mit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinball. Wir sehen uns in dem Ding von Feinbach. Amen. Amen.